Hallo, heute möchte ich euch die U-Serie von Däumling vorstellen. U-Serie deswegen, weil alle Modelle irgendwie mit dem Buchstaben U anfangen, also der UNISA, der UGA, wie auch immer. Es gibt wechselnde Begriffe dafür, aber wie gesagt, hier fangen alle Schuhe immer mit U an. Für uns immer erkennbar an dieser schönen weichen und vor allen Dingen auch sehr schmalen Sohle. Das heißt, hier haben wir Modellen für den ausgesprochenen schmalen bis sehr schlanken Fuß zu tun. Auch diese Modelle sind wunderbar jetzt für die Übergangszeit geeignet. Das heißt, sie punkten immer mit einem leicht textilen Innenfutter, sind also nicht kalt, nicht ledergefüttert und haben immer eine wasserdichte Sympatex-Ausstattung. Sympatex, wer es kennt, ist ja immer eine sehr wertige, hochwertige Membran, die also wirklich Wasserdichtigkeit garantiert und hier in Verbindung mit einer super Passform, insbesondere für die flachen Füße. Hier sieht man auch schon mal ein schöner Chelsea-Boot, aber wirklich auch mal was für eine schlanke Fessel. Hier hat der Fuß Halt, hier hat der Fuß Sitz drin. Auch ansonsten ist der Schuh wunderbar flexibel, also er geht mit dem Fuß mit. Es ist keine steife Sohle, aber es ist auch kein Barfußschuh. Erkennen immer mit daran, weil er hat einen kleinen minimalen Absatz, wo ich aber sage, hier bei dem Schuh durchaus noch vertretbar und macht das Ganze noch ein bisschen eleganter. Auch ansonsten, die Klettverschlüsse sind leicht zu öffnen und garantieren einen wunderbaren Sitz. Auch wieder der Däumling überzeugt mit einer herausnehmbaren Innensohle zur Größenkontrolle. Hier keine Markierung, aber man sieht es immer wunderbar, da wo sich sozusagen die Flusen von der Socke festhalten, sieht man immer noch, ob da der Fuß hinkommt oder nicht. Was wir hier haben, ist ein wunderbarer Schuh, den ich auch wieder von, ich sage mal, 10 bis in den einstelligen bis minus fünf bis minus drei Grad ziehen kann. Also ein sehr schöner, wertiger Zweitschuh oder überhaupt Gebrauchsschuh für Kinder, die jetzt mal eher zum kalten Fuß mit neigen. Da würde ich wirklich sagen, ist also bei minus fünf Grad dann Schluss. Dafür hätte man dann sozusagen noch einen richtig warmen Winterschuh vonnöten. Aber ansonsten, für Richtung Frühjahr gehend, auch hier ist die Obergrenze bei zwölf bis 14 Grad. Wunderschöner Schuh, klassisch in der Ausführung. Also, wer da nicht nein sagt, ist selber schuld. Oder wer da nicht ja sagt, ist selber schuld. Genau.